Hallo, ich bin Legendkiller und danke, dass du dieses Video eingeschaltet hast. In dem heutigen Video möchte ich die Tipps und Tricks Serie von Battlefield 1 anfangen und ich möchte erstmal mit dem Fundamentalen anfangen und zwar mit den Laufwegen. Meine Tipps zu den Laufwegen seht ihr in diesem Video. So, der erste und meiner Meinung nach offensichtlichste Tipp, ihr solltet offenes Feld vermeiden. Hier zum Beispiel auf der Map die Narbe von Saint-Étienne. Wenn ihr hier runter, ich glaube von dem B-Spot auf den D-Spot unten laufen könnt, habe ich jetzt einmal ein paar Pfeile auf dieses Foto gemacht, wo ihr sehen könnt, wo überall Gegner versteckt sein könnten, links und rechts. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier über die Mauer springt, um zur Flagge zu kommen, können immer wieder überall Gegner sein, zum Beispiel da irgendwo in den Fenstern, da in dem Gebäude, hier links können irgendwo irgendwelche Sniper liegen, könnt von da vom kompletten Hügel halt bis nach da unten abgeballert werden. Hier komplett abgeballert werden in dem Haus, können Gegner sein. Überall könnt ihr halt von da aus abgeballert werden. Deswegen solltet ihr möglichst dieses offene Feld vermeiden. Und wenn ihr weiter runter geht, könnt ihr von da aus überall, also von der rechten Seite praktisch überall aus, abgebollert werden. Und da sind diese Überlebenschancen doch sehr gering, da ihr da einfach keine Deckung habt. So, um jetzt mal bei dem Beispiel von San Quentin zu bleiben. Es gibt natürlich nicht immer die Möglichkeit, durch Deckung oder ohne übers offene Feld zu laufen, zu einem anderen Spot zu kommen. Um jetzt, wie gesagt, bei dem Beispiel mal zu bleiben, würde ich euch empfehlen, weiter nach rechts zu gehen, da der Weg hier runter viel kürzer ist als der Weg zum D-Spot. Und hier könnt ihr einfach über die Mauer springen und habt den Busch, wie ihr seht, hier links und rechts so ein bisschen als Cover. Hier könnt ihr nämlich noch ungedeckt sein von links. Jetzt könnt ihr euch links theoretisch erst sehen. Und hier habt ihr auch wieder links ein bisschen Deckung von den Felsen. Geradeaus habt ihr ein bisschen Deckung von der Mauer, sodass ihr nicht unbedingt angreifbar von allen Richtungen seid. Und dann würde ich euch aber empfehlen, hier auf diesen engen Gang zu gehen. Aus dem einfachen Grund, da die Gegner praktisch nur von vorne kommen können, hier von rechts und dann können sie hier ein bisschen noch von links kommen. Und hier könnt ihr halt schon rüber aimen und zu gucken, ob die Straße frei ist. Und das ist meiner Meinung nach viel sicherer, als wenn ihr einfach über das Feld zur D-Flagge läuft. Und hier könnt ihr halt immer links und rechts gucken, bevor ihr über die Straße halt läuft. Und das ist meiner Meinung nach viel sicherer, als direkt einfach über die Wiese zum D-Spot zu laufen. So, noch ein nächster Tipp von mir. Wenn ihr jetzt zum Beispiel öfter mal so Felder überqueren müsst, könnt ihr am besten Smoke-Granaten werfen, um euch ein bisschen mehr Deckung zu verschaffen. Hier zum Beispiel nach links geworfen, um links die Sniper abzuhalten, dann gerade ausgeworfen. Damit, wenn ihr jetzt hier links lang läuft, euch nicht rechts um dieses Tor hier kümmern müsst, da hier alles zugesmoked ist, müsst ihr euch zum Beispiel, um diese Seite nicht mehr kümmern und könnt weiter geradeaus laufen. Also Smoke-Granaten sind auch ein sehr guter Tipp, falls ihr über offenes Gelände laufen müsst. So, kommen wir nun zu Häusern. Ihr solltet möglichst versuchen oder allgemein immer versuchen, nie frontal irgendwo drauf zuzulaufen, weil es hier einfach viel zu viele Möglichkeiten gibt oder viel zu viele Seiten gibt, von denen ihr aus abgeballert werden könntet. Könnte zum Beispiel hier aus den ganzen Fenstern abgeballert werden. Stattdessen ist es sinnvoller, von der Seite dran zu gehen, weil so könnt ihr zum Beispiel hier reingucken, ob da keiner ist. Von oben, die Leute können euch gar nicht sehen, auch wenn man bei diesem Gebäude jetzt nicht da reingehen kann. Dann könnt ihr hier halt links rechts um die Ecke gucken, hier gucken, ob da keiner hinter den Fenstern steht. Und von da könnt ihr halt nicht gesehen werden, falls ein Gegner um die Ecke kommt. Wenn ihr jetzt frontal auf das Haus zulaufen würdet, könntet ihr halt, könntet der Gegner euch da sehen. Und so könnt ihr halt in das Haus reingehen und alle Ecken in Ruhe abchecken, ob da keine Gegner drin sind. Und wie gesagt, ihr solltet halt möglichst versuchen, die Seiten, von denen ihr angegriffen werden könnt, so minimal wie möglich zu halten. Wie gerade schon erwähnt, ihr solltet immer möglichst versuchen, die Seiten, von denen ihr abgeballert werden könnt, so gering wie möglich zu halten. Zum Beispiel könnt ihr hier einfach über die Straße, erstmal nach rechts und links gucken natürlich, und dann einfach über die Straße in die Scheune reinlaufen. Denn von dort habt ihr halt wenigstens etwas Deckung. Und immer möglichst die ganze Deckung mitnehmen. Immer schon vorher gucken, ob keine Gegner da sind, durchs Fenster zum Beispiel. Sonst, wenn ihr Türen aufmacht, hier immer meinen Tipp zumindest möglichst nah an der Wand zu gehen. Denn so habt ihr zum Beispiel die linke Seite jetzt schon mal abgedeckt. Das ist nämlich eine Richtung weniger, aus der ihr abgeballert werden könnt. Ihr könnt theoretisch jetzt nur noch von rechts oder geradeaus, von hier aus, abgeballert werden. Von daher, versucht immer möglichst die Seiten, aus denen ihr abgeballert werden könnt, so gering wie möglich zu halten. Und am besten immer von Deckung zu Deckung. Also sprich von Haus, falls die Häuser halt noch stehen. Besonders am Anfang der Runde stehen die Häuser gerne noch. Immer möglichst von Haus zu Haus laufen und von Deckung zu Deckung. Und nicht unbedingt immer vorne aus dem Haus, sonst immer schön irgendwie hinten oder aus der Seite, wo nicht so viel los ist. Und ja, versucht das möglichst zu berücksichtigen. Immer schön eine Seite zu eliminieren. Am besten immer zwei Seiten zu eliminieren, dass die Gegner immer nur aus ein oder zwei Richtungen kommen können. Kommen wir nun nochmal zu einer kleinen Zusammenfassung des Videos. Als erstes, wie gesagt, solltet ihr offenes Gelände vermeiden. Aber ich denke mal, das ist klar, warum. Ganz einfach, ihr könnt einfach von viel zu vielen Seiten auf einmal abgeballert werden. Und ihr habt einfach keine Deckung dort und es ist einfach zu gefährlich. Ihr werdet wahrscheinlich in den Tod rennen, wenn da nicht gerade irgendwelche Gegner euch übersehen oder wenn ihr nicht gerade mit mehreren Mann runterläuft. Dann solltet ihr nicht von Trall angreifen, wie ihr zum Beispiel in dem Hausbeispiel erklärt. Da ihr einfach auch dort von zu vielen Seiten auf einmal angegriffen werden könnt. Und da die meisten Gegner auch immer nur ihren Blick nach vorne haben, wenn ihr dort dann von der Flanke kommt, von der Seite kommt, habt ihr noch einen kleinen Vorteil im Gegensatz zum Gegner. Dann, damit euch das Punkt 2 halt nicht passiert, dass der Gegner euch flankiert, solltet ihr möglichst versuchen, die Seiten, von denen ihr abgeballert beziehungsweise angegriffen werden könnt, so gering wie möglich zu halten. Normalerweise solltet ihr immer möglichst nur auf zwei Richtungen fokussiert sein, praktisch zum Beispiel nach vorne und rechts oder dass ihr nur von links oder rechts abgeballert wird, wobei links und rechts auch wieder so eine Sache ist. Ihr solltet hier, wie in diesem Beispiel zu sehen, immer nur von zwei Seiten am besten abgeballert werden können, denn links habt ihr die Mauer als Schutz. Klar, wenn jemand über die Mauer klettert, könnt ihr euch auch abballern, aber ihr sieht ihn dann besser, wenn er über die Mauer klettert. Außerdem ist er noch in der Kletteranimation drin, weswegen ihr dann den Vorteil habt und eher auf ihn ballern könnt. Ansonsten könnt ihr, wie auch schon vorhin in dem Video erklärt, hier einfach, wenn jemand von vorne kommt, auf ihn ballern oder wenn ihr kurz von rechts ab und zu den Blick nach rechts schwenken lasst, gucken, ob keiner von rechts kommt. Klar, es gibt immer noch zwei Seiten, wenn ihr gleichzeitig jemand kommt, habt ihr zwar den Nachteil, aber so habt ihr zumindest das Risiko minimiert, auch noch von der linken Seite abgeballert zu werden und möglichst immer versuchen, die Seiten, von denen man abgeballert werden kann, so gering wie möglich zu halten. Ja, kommen wir nun zum letzten Punkt und meiner Meinung nach einer der wichtigsten Punkte. Versucht, möglichst immer Cover zu benutzen. Also versucht, wenn ihr irgendwo läuft, immer von Cover zu Cover laufen. Ihr solltet auch nicht immer versuchen zu sprinten, ihr solltet immer ein bisschen gehen, weil wenn ihr einmal von einem Gegner überrascht werdet, bis diese Sprintanimation aufhört, dauert auch wieder ein paar Zentelsekunden oder Millisekunden. Deswegen solltet ihr nicht immer versuchen zu laufen, aber trotzdem solltet ihr immer versuchen, von Cover zu Cover zu gehen. Es hat einfach mehrere Gründe, wenn ihr irgendwo abgeballert werdet, könnt ihr euch dahinter verstecken oder wenn ihr nachladen müsst, könnt ihr euch dahinter verstecken. Wenn ihr halt Sunny seid, irgendwo von einem Sniper abgebaut wurdet, könnt ihr euch dahinter verstecken und euch selbst heilen. Und der Gegner sieht halt auch weniger von eurem Körper. Das heißt, er kann nicht so viel treffen. Und gegebenenfalls kann es auch sein, dass ihr euch hinter Cover nicht spotten könnt, wenn nur der Kopf rausguckt oder so. Deswegen möglichst immer Cover benutzen. Ja, das war's auch mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich gerne wissen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, lasst es mich auch gerne wissen. Ich hoffe, es ist okay, dass ich nicht so viele Videoclips hier gezeigt habe, aber ich versuche, die Videos halt möglichst am Wochenende nur aufzunehmen. Und dann will ich nämlich meine Zeit praktisch noch fürs Gameplay investieren. Deswegen versuche ich, sehr viel mit Text zu machen, die Videos. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Und bis zum nächsten Video. Ciao.